Hey Leute was geht Pace zu einem neuen Video hier, ja auf meinem Kanal, ja ihr seht mich jetzt nur in der Trainingsserie, aber ihr müsst ja nicht zugucken, ihr könnt nur zuhören, also und zwar, ich habe gerade ein Video, äh, Footraft aufgenommen und das wird erst ein bisschen später jetzt kommen, also dauert noch ein bisschen, ich werde sowieso nicht weit kommen, ähm, ich habe einfach so ein bisschen Scott Building Challenge gemacht, ähm, ja sieht schon, hat geil aus gesehen, ähm, ja, ähm, ich rede heute über FIFA 17, äh, was ich alles uploaden werde, also hochladen werde, besser gesagt, ähm, äh, und zwar sobald die Demo raus ist, werde ich von jedem Team, ähm, ein Video machen, also so Teamaufstellung und alles, dann zeige ich euch, wer die, äh, wer, wie die Werte sind, äh, Ja, ähm, dann, ich werde mit jedem Team ein, äh, Spiel machen, ähm, ja, so ein paar Spiele, so, ich sag jetzt, ich weiß nicht, wer alles in der Demo, ich weiß nicht mehr, ich sag jetzt Dortmund, also ich bin Dortmund fern, äh, Dortmund gegen Real Madrid, gegen Bayern, äh, oder gegen Barcelona, so, einfach so paar Spiele, äh, auf Profi, also ein bisschen leicht, so kann ich euch die neuen, äh, was Neues so zeigen, wie es sich anfühlt, ähm, ich werde mit jedem Team spielen, ähm, Ich werde auch, ich weiß nicht, ob die Journey, man, ob es man antesten kann, ich weiß nicht, habe sowas gehört, ich werde es dann auch antesten, ähm, ja, alles was in der Demo, äh, sein wird, antesten, ich werde, wenn ich, ähm, wenn ich jetzt irgendwann noch rausfinde, welche Musik es gibt, äh, mache ich noch Video dazu, ähm, zu den, äh, Songs, die bei FIFA 17 sind, ähm, Ähm, ansonsten werde ich auch, wenn FIFA 17, ähm, rauskommt, werde ich ein, äh, Pack Opening machen, ähm, jetzt, weiß nicht, äh, es wird kein langes werden, so ein kleines, kurzes, ähm, ich werde Squad Building Challenge machen, ähm, also, äh, ich weiß selber nicht, äh, ich bin nicht gut drauf, das kann ich, äh, drin, ich kann es jetzt schon sagen, äh, hin zur Squad Building Challenge, ähm, ähm, aber wir machen es einfach, um euch zu zeigen, ich mache es selber, weil es mir Spaß macht, vielleicht, man weiß ja nie, ähm, dann Food Champions, will ich dann auch mal gucken, äh, was, wie das geht, ähm, ja, Food Champions, was gibt es noch, ähm, ähm, äh, neue Karriere Modus, ähm, Pro Clubs, ja, also alles, was neu ist, ähm, dann bei Ultimate Team, also Pack Opening werde ich machen, aber nicht jetzt immer so, ich sag mal, ein, zwei, ein, zwei Mal im Monat, wenn es gut geht, nur einmal, äh, wenn es gut geht, zweimal, wenn es nicht so gut geht, nur einmal, ähm, es werden Squad Building Challenges kommen, ähm, ich probiere, Foot Draft probiere ich ja auch, äh, ich komme sowieso nicht ins Finale, sag ich euch jetzt, und das weiß ich auch, äh, man sagt ja immer, probieren kann man mehr, bei mir klappt es einfach nicht, ich weiß nicht, wieso ist es einfach, der Druck wird mir dann so groß, und ja, ähm, ähm, ja, Scott Building Challenge, ähm, ja, ich weiß nicht, ob es Frauenspieler dabei gibt, ich hab keine Ahnung, ähm, ja, bei Karrieremodus, ähm, hab ich auch eine Frage, ähm, ich weiß jetzt nicht, ich mach so ein, zwei Anspiel, äh, Videos, von 15 Minuten, äh, wo ich, äh, so Transfers, und wo ich die, äh, so Transfers, und wo ich die Spiele nicht ganz, also, ganz Spiele, äh, äh, euch dann hochlade, alles zusammen, das wird dann immer so ein Video von einer halber Stunde, die werden dann einmal die Woche kommen, also, die, ich werde nur zwei Videos machen, wenn ich, wenn es mir Spaß macht, werde ich es für immer machen, also, solange ich Lust habe, wenn ich irgendwann keine Lust mehr habe, dann wirst du keine Lust mehr machen, also, werde ich einfach sagen, okay, ist gut jetzt, ich mache eine kleine Pause, oder spiele mit einem anderen Team, ähm, ähm, mit welchem Team ich anfangen werde, äh, ist mir entweder mit Manchester United, äh, Dortmund, ja, oder, ich, ich weiß selber nicht, guck Hoffenheim, oder so, ähm, ein kleines Team anfangen, ähm, dann, ja, ich guck das, ein, zwei, äh, Spiele mache ich, äh, also, äh, Videos, ein, zwei Videos mache ich, und, ja, ähm, dann, äh, Pro Clubs werde ich vielleicht nur, da wird, also, das sag ich euch jetzt schon, äh, außer, es wird wirklich Spaß machen, aber ich bin nicht so einer, der gerne allein spielt, mit so einem Einzelcharakter, ähm, da werde ich, ähm, äh, ja, wie sagt man es, ein bisschen, äh, ein, zwei Spiele, äh, hochladen, ähm, da muss ich aber, ich sage, ähm, da muss ich immer karten, also, ich kann nur 15 Minuten hochladen und das Spiel wird länger als 15 Minuten dauern, ähm, darum karte ich das, äh, so, ähm, in der Mitte, so, sieht bisschen scheiße aus, danach mehr, ich kann es nicht ändern, was, ähm, äh, ja, Pro Clubsic, ein, zwei, ich werde es antassen mit den neuen Trikots, man kann Trikots ändern, oder sowas, äh, bearbeiten, Logos, ähm, ich guck was Neues, ähm, dann, werde ich auch noch bei Spielerkarriere, werde ich auch ein, zwei Videos machen, einfach so, jetzt guckt was so Neues, ähm, Karrieremodus habe ich schon gesagt, aber sag ich euch nochmal, ich werde, ähm, euch erklären, was Neues, also, weil es wird ganz geändert und, ja, und erkläre ich euch ein bisschen, ähm, ich denke, ja, wird schon ein bisschen Spaß machen, ähm, ähm, ja, sonst weiß ich nicht, was Neues ist, ich probiere jetzt noch irgendwie, äh, paar Songs rauszufinden, die bei FIFA 17 dabei sind, äh, dann latscht ich dieses Video auch noch hoch, so schnell ich die Songs hab, äh, auch wenn ich ne paar hab, äh, paar hab, ähm, ähm, äh, ja, dann tut's mir leid, ähm, ähm, ja, sonst weiß ich nichts mehr, äh, ja, ich hoffe euch hat das Video gefallen, äh, ja, lasst ein Like da und ein Abo, wenn es euch gefallen hat, äh, wenn nicht, ja, dann eben nicht, dann ein Dislike, weil ich weiß nicht, ähm, ja, das war's mit dem Video, äh, wir sehen uns das nächste Mal, euer Pace, ich bin raus, ciao.